So, ich muss die letzte Aufnahme allerdings abbrechen, aber noch was. Versuchen wir es jetzt nochmal. Ich muss die letzte Aufnahme leider einen Ticken früher abbrechen. Beziehungsweise mittendrin abbrechen. Deswegen sind wir jetzt nochmal drin. Wir sind nochmal eine Sekunde zurück. Warum ist das so hell? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich weiß, was ist denn für ein Mist? Da ist ein Panzer. Ja, die... Ah, es geht so genau. Komm schon, ihr könnt mich drüber denken. Scheiße, also... Verschluss die Kariebe. Ja. War noch zu laut gestellt. Keine Munition. Scheiße, das ist gar knaller noch, ne? 1.000 Munition, ne? Scheiße, bummler. Ich weiß noch nicht, warum das so komisch leuchtet hier. Ja, was ein Zufall. Hier ist eine Waffe, die ich nicht... Ah, was ist denn hier dieses Spiel, ey? Noch ein Panzer, was ein Zufall. Nein. Ich bin reingerannt. Verdammt, als ich bin reingerannt. Darfst du nicht wahr sein, verdammt, als... Ah, das ist doch leicht gestellt. Ich bin der letzte Hansele. Und ich darf jetzt wieder von hier anfangen. Ich könnte so kotzen. So was... So was kotzt mich richtig gern. So ein Schatzkotz wie richtig gern. Ja, was ist denn jetzt mit Spawn? Spawn doch mal, du vor. Extend in den Blatt. Okay. 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 Okay, was war's? Okay. 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 Okay, gut. jetzt ist noch mal erledigt so was die knall genommen wir wollten zu verarschen kommen ja schon leute ich würde es nicht glauben wenn ich es nicht selbst gesehen hätte so ein trockenen reiz na gut da passiert nichts so weiter geht es ja ja ich sehe es und unsere panzer siehst du da unten irgendwelche panzer von uns aber es sind nicht mehr unsere rein zufällig in welcher kamera die ach das ist so eine stealth scheiße stehls 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 scheiße sie wollen einfach die mission abbrechen oder begreifst du es nicht wenn sie das wirklich wollen mit menace dann gehen sie ich hatte schon mehr verdammte missionen als du warme mahlzeiten kleider tja kann man sich nicht darauf verlassen wir sitzen alle in einem boot ok teile finden panzer zum laufen bringen nicht sterben das spiel ist dieses selbst scheiße ich habe schon immer gas wie die best schon immer ich kann das auch nicht nicht das was ich meine ich kann das einfach ich kann es einfach nicht aller liebe aber ich kann es einfach nicht es ist halt nicht so meine richtung ich kann das haben wir nicht ich kann sowas nicht das ist scheiße kann ich nicht also auf ultra einsteigen ich habe es ja damals so ein xbox ich habe das damals auf xbox man gespielt da die die band x noch nicht gekauft da sah das nicht anders so nett aus doch eigentlich saß immer immer noch von einem gut aus aber nicht so gut ach ja zur erinnerung also ich zeichne ich spiel in 4k 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 also du kannst sagen was willst das sieht immer noch scheißegal aus ich spiel in 4k oja das war nicht gut ich spiel in 4k ich spiel in 5k ich spiel in 5k ok ich spiel in 5k Oh Was ist das? 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 Ich bin der letzte Spieler Was ist das? 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 Oh ne? Oh ne? Oh ne! Was ist das? 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 also kann munition nix hier ja deine mutter ist tot auf die fresse jetzt muss der drecksack hier dörmann fort haben wir die gefahren sagt gesicht aber spinnen dieser punkt wo ich hin soll du und 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 hmm So, wieder da rüber. Oh, Katschspiel, ehrlich. Das ist, das ist halt der Battlefield, ne? Ja, halt die Fasse. Spring doch, ich drücke springen, nicht schlagen. Was soll denn, Quatsch? Ach, Leute. Offene Wip heißt, nicht so ein Gerudel. Echt jetzt? Sich vereiern, oder was? Ey, was soll denn der Scheiß? Ja, so, das Battlefield, das ist rumgerannt, eine halbe Stunde. So, eine Kinderkacke. Keine Ahnung, mehr geschrieben. Nö, natürlich nicht. Weiß ich, siehst du, und dann ist es wieder dieses, ja, da hinten ist es, da ist das richtig. Ja, das ist doch scheiße. Leute, ehrlich. Das ist doch scheiße. Ja, genau, und dann ist das auch wieder weg. Ach, so eine Kinderkacke. Das ist doch alles Kinderkacke. Immer dasselbe.